So, das Fett hat nie hingekackt und nicht sauber gemacht. Kann sein. Aber wie sag ich immer, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. So, ist das mal serviert. Jetzt holen wir den mal rein. Und dann holen wir, starten wir mit Püppi. Nur, Annie, euch auch nicht nerven. Alles gut. Alles gut. Püppi. Irgendwas machen. Ach, diese YouTube-Fragen beantworten. Das könnten wir dabei machen. Wo ist dein Halfter? Hä, warum hat Miri dich mit dem Knotenhalfter da rausgebracht? Ja. Du kennst doch nicht. Maja, geh weg. Komm her. So gut, man. Komm her. Komm her. Komm her. Ey, Kollege. So, ist doch eingefangen. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, das ist ein Halfter zu verschneiden. Komm her. Der ist ja total lieb. Der kennt das ja auch von klein auf. Wie alle. Können wir diesen Trick machen, weißt du? Tun, als ob man den Halfter aufzieht und dann so... den Strick. Dann machen die sogar manchmal auf Tomatis wie heute. Ja. Pfeil, jetzt haben wir Futter für dich. Lecker Futter, was sagst du denn dazu? So. Komm rein. Ne? Holen rein bringen. Füttern. Kamera ist schmutzig. So, komm weiter. So. Boah, Laura. Ja? Hier. So, Udle. Komm her. Komm her. Mit Spaß, guck mal, da ist Futter für dich. Guck da. Abba, abba, abba. Abba, abba, abba. Sag mal. Was hast du heute mit deinen Nerven? Bist du doof? Guck, wie du hast. Boah, guck mal. Guck mal. Boah. Du bist schwacher auf Nerven heute. Aber wo ist ihm sein Halfter? 51 prozent jahres lebt weiter, siehst du mal? Alle, nicht zwölf Videos. Du musst wieder schmusen, ne? Einmal freuen wir uns, dass der Basti da ist und im nächsten Moment werden wir scheiße Arbeit. Doof, ne? Halt, stopp. Mach doch. Das war Pippi. Da, starten wir immer. Schmeckt's? Yummy, yummy. Ach so, die hab ich eingesprüht, sehr gut. Am Start. Am Start. Das könnt ihr auch einfach rausschmeißen. Ah ne, der hat's hinten im Schrank. Der hat's hinten im Schrank. Ja, der hat's hinten im Schrank. Mhm. Pippi. Das Polen. Na ihr beiden. Karoten. Hallo? Kleiner Bus. Komm her. Ham, 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 ham. Sui. Komm her Sui. Will dich, komm. So, let's go. Let's go. Ach Pippi. Komm. Komm. Vielleicht darfst du danach auf die Wiese. Komm jetzt, Schatz. Auf, komm. Ach, wie kann man so stur sein? So. So. So, let's go. Kann man aufsteigen? Hätte ich nicht mehr einsprühen müssen? Ich weiß nicht, Pippi. Ich weiß nicht, Pippi. Uha. Halt. Du musst stehen. Oh. Oh, Pippi. Buh. Halt. Wie. Hätte ich stehen. So. Guck mal, was es gibt hier. Äh, ja. Gut, dass ich die voll geputzt habe, ne? Der neue Ombre Effekt. Der neue Ombre, genau. Neue Ombre, wie hast du gehört? Noch einmal mit umschlossen. Die Ombre, die Ombre! Die Ombre, die Ombre! Das war ein guter Zahn. Alles gut, alles richtig. Oh, da neke. Da wo man die Ferdinke reinbringt. Das war da nechst. Alles, was er macht. Like that. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich keine... Kommst du da rein? Kannst du auf die andere? Okay. Kommt ab. Das ist wirklich... Wo war sie denn? Ciao, ciao. Das war das, ja. Das ist schon sehr geil. Guck, wenn du halt da weiter wegreitest, dann ist das halt quasi auch noch mit drauf. Deswegen habe ich das so gemacht. Siehste, wenn das dann halt gleich Piouretten mäßig, dann kannst du es auch in Hochkant schneiden. Das war halt meine Intention mit dieser Perspektive. Siehste? Du kommst ja gleich dichter dran. Bisschen? Das ist halt alles auf dem Bild. Dichter konnte ich halt nicht, ne? Ich auch nicht. Siehste? Da. Das ist halt voll geil. Echt geil, oder? Ja. Ja. Die hat auch eine gute Qualität, ne? Das ist auch vorher mal was anderes. Ich hab meine ganze Mikrofone am Start. Aber das können wir mal gerade weg, sonst sind es wirklich zu viele. Aber die schlägt auch noch in der Kamera aus, ne? Ich muss nur jetzt laden gehen. Ja. Dann müssen wir einmal für Römer laden. Und dann für euer Gelände. Ja, wie immer wollten wir noch machen. Aber wie lange seid ihr im Gelände? Wie lange seid ihr im Gelände? Der Pippi langsam. Oh shit. Oha, was ist da los?